In den Wald, in den dunklen Wald, in den Wald, es geht, wo es kappt und knallt, geht's, was immer du auch tust. Niemals, 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 niemals in den Wald. Ich heiße nicht Rotkäppchen, ich heiße Dorothea. Ich bin 14. Welches 14-jährige Mädchen will genannt werden wie ein Pilz? Keiner von uns im Dorf darf in den Wald. Und ich schon gar nicht. Aber so geht die Geschichte. Das ist ein Märchen. Sei ein Wolf, sei immer du selber. Sei ein Wolf, heißt markier, griff. Denn ein Wolf, der braucht überall Flure und Felder. Und jeder soll wissen, ein echter Wolf war hier. Lass dir gar nichts erzählen, du kannst selber wählen. Ob dein Happy End dir gefällt. Denn ein Happy End, das ist klar, ist märchenhaft und wunderbar. Doch es sind alles ganz nebenbei und aus Versehen und einwandfrei. Auch absolut und echt und wirklich wahr. Die Liebe Zukunft ist Conklinik. Aber wie ist ein wahres Ring-Hopter? Auch immer früher die W Brilliant-Hopter-N ventischen Kinoi. Und der believed immer schön sich schlussisch. Und das war das Wissen. Genau的时候 wird michじゃない. Und dass anderen und meiner blir gut já given. Aber auch immer من Busch. Und das ist alles lebih genauer. Und das ist überhaupt nicht users, Untertitelung des ZDF, 2020